jo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal heute wieder was ganz nice ist denke ich mal und zwar hat der liebe Evans wieder was rausgeballert und da gehen wir direkt natürlich rein ja Evans und Jankor ich bleib bei dir ich bin sehr gespannt 2 Minuten 39 ich würde sagen ich laber gar nicht so lange rum es wird noch kurzen Schluck und dann gehen wir rein ja dann let's go jankor ich bleib für immer bei dir glaub mir komm jetzt zu mir doch du willst was ich schon mal sagen muss am Anfang äh was ich schon mal sagen kann äh hier am Anfang sehr nice buildup vom Beat äh die Gitarre am Anfang geil sehr geil auf jeden Fall gefällt mir gefällt mir ähm ja wenn die Kärme jetzt noch mal ausgehen sollte oder stuck bleiben sollte dann werde ich's ausmachen weil ehrlich gesagt ich hab keinen Plan was dann da das Problem ist ich hatte das jetzt die ganze Zeit ich bin froh dass das jetzt einigermaßen gelaufen läuft aber Technik ähm ja aber trotzdem sehr geiler Anfang auch verbietet das Gitarren buildup absolut geil äh die meiste von euch wissen ja dass ich Gitarrenbeats übelst geil finde ich feier Gitarrenbeats aber glaub ich auch gut hier äh ne gemerkt bei dem Album bei Moom hat man das glaub ich auch sehr sehr gut gemerkt dass die Gitarrenbeats feier nicht mehr weißt du denn noch wie ist das meins war ich glaub an uns noch doch du glaubst nicht an uns auch wir fliegen weiter glaubst das mit uns wird immer erscheinern kennst deinen Feelings nicht an kennst mit denen hab es schon längst erkannt und ich fahr weg weiter ist mein Weg mich leitet so viele Kriege mit uns Mann das weiß ich sagst mir nichts neues doch mit deinem Gehen fehlt mich mein Heim machst mich kaputt so wie splittern ein kleines Glas ertrag dein Verlust so wie Liebe in Haus rennt vor uns weg als ein besser nicht gab geh seinen Weg ich guck immer auch glaub du bist ich bleib für immer bei dir glaub mir du bist ich bleib für immer bei dir glaub mir komm hier zu mir doch du fühlst nicht mehr weißt du denn noch wie ist das meins meins ich glaub an uns noch doch du mit Jumg sehr reales Ding mich wird halt echt mal interessieren ob das effekt verschlimm war oder ob das tatsächlich noch jemand anders war aber trotzdem sehr geiles Ding kann man nicht anders sagen nichts dran auszusetzen auch Cover sehr schön ich muss ja dazu sagen ich bin absoluter Auto Fanatiker aber ich kann jetzt bei diesem Bild nicht erkennen welches Auto das ist ich würde jetzt einfach mal auf einen älteren älteren Chevroletz hinten wenn nicht sogar einen älteren Cadillac aber trotzdem auch sehr geiles Cover hat auch sehr geile Respektliche das Cover auch das Cover drückt für mich so ein bisschen mit in den Song mit rein ja ey geiles Ding was soll ich da zu sagen was soll ich da noch großartig zu sagen ich bin gespannt was wir noch so kriegen von Evans generell von den anderen Jungs bin ich mal sehr gespannt was da noch so kommt ähm ja ja ich würde sagen hört euch das Ding äh haut euch das Teil in die Playlist äh das ist jetzt auch in zwei Liste Playlist äh äh in zwei Playlisten von mir mit drin einmal hier in der Shuffle Mode und einmal hier in der äh Gate Through The Time könnt ihr euch sehr gerne geben auch unten in der Videobeschreibung sowie alle anderen Playlisten von mir auch und ja würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal bis dann bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.